Hallo und Willkommen zu einem weiteren Video von LP Freerider 16. Ja Leute, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Ich fange mal mit der schlechten an. Und zwar werde ich das jetzt löschen. Und ja, ihr seht richtig, die Challenge ist vorbei. Ja, wieso? Ich habe geschrieben, dass wenn mir zum Beispiel heute kein Screenshot schickt, also von gestern, dann werde ich denjenigen kicken. Dann habe ich an die Billy Talent gekickt und wieder eingeladen, denn ich wollte ja noch die Challenge weitermachen. Dann habe ich geschrieben, er darf sich nicht mehr zum Kampf melden, aber er darf noch mitmachen. Ja, und dann ist er vorher irgendwie rausgegangen. Ja, 10.23 Uhr. Naja. Also, Challenge ist vorbei. Ich werde natürlich, äh, hier weiterspielen mit 100 Alu. Werden mir auch das Sammelalbum holen. Also, übrigens habe ich 18 Pülze. Ich werde aber Spahn auf Wiedernengreifen. Geschick, 59. Was ist mit denen? Geschick, 56, aber 176. Ja, dann werde ich mal die nehmen, denn die haben bessere Rüstung. Geschick, 53. Ah, da müsste ich glatt wieder meinen Rechner rausholen. Stufe 40, ein 3 Attribute soll 48 haben und eins, oh, es soll die 80 haben. Ja, le, gimme. Ja, ich kaufe einfach die. Tjum. Da habe ich kein Epic mehr. So, Zauberlangen, was spricht er? Stärke, Glück, Geschick, 61. Die kaufe ich jetzt? Stärke, Drank. Kauf ich. Rein mit dir. Ah, der kostet 15. Ah, schade. Ich würde mal sagen, ich probiere einen Dungeon-Gegner. Oh, nee, ich habe eine Quest offen. Naja, ja. Also, ich werde jetzt nicht jeden Tag ein Video rausbringen, aber so jeden dritten, vierten Tag mal in den Dungeon oder so. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und wir sehen uns bei einem weiteren Video. Euer LP Freerider16. Ciao.